Am Samstag waren in Eningen und Achheim wieder die Häbleswetzer los. Beim traditionellen und jetzt schon zehnten Nachtumzug machten sie gemeinsam mit rund 40 weiteren Narrenzünften die Straßen unsicher. In diesem Jahr startete der Umzug zum allerersten Mal an einem Samstag und begann nicht mitten in der Nacht, sondern am späten Nachmittag bei einbrechender Dunkelheit. Unverändert blieb allerdings die Freude der Narren, allerlei Schabernack mit den Besuchern zu treiben. Zum 37. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Zollernalp am Sonntag in Biesingen zogen rund 4000 Häs- und Maskenträger durch die Straßen. 30 Zünfte und zahlreiche Guckenmusik und Lumpenkapellen waren dazu in die Gemeinde gereist. Und sogar für unseren RTF1-Kameramann gab's was zum Naschen von den Narren. Laut dem Narrenfreundschaftsring Zollernalp verfolgten rund 6000 Menschen das närrische Treiben. Der Umzug bildete unter anderem auch den Höhepunkt der dreitägigen Jubiläumsfeierlichkeiten der Biesinger Hexenzunft, die jetzt ihr 60. Bestehen feierte.